Die Red Hot Chili Peppers, kennen Sie die? Sicher kenn ich die Red Hot Chili Peppers. Jetzt ist das was zu essen, oder? Essen. Zu essen? Red Hot, das ist so scharf, ist das. Was machen die für Musik? Die machen eigentlich so mehr Rock. Äh... Rappig. Die kenn ich. Die covern noch Dudelsack-Musik. Eigentlich sind diese Songs unter anderem. Eher so. So. Dudelsack-Menschen. Hier spielen also gleich die besagten Red Hot Chili Peppers. Ihr habt richtig gehört. Peppers, nicht Peppers. Ich denke, dass viele Leute den Namen deiner Band mit Red Hot Chili Peppers verwenden. Aber bleiben Sie in Kontakt mit den Leuten? Oder wissen sie über die Musik und deine Band? Ja, sie wissen über unsere Band. Und nein, wir haben noch nie mit ihnen gespielt. Aber wir spielen bei einem großen Festivall. Und die BBC waren da filmen. Und der nächste Jahr, die Red Hot Chili Peppers performed. Und in der Interview, sie wurden gefragt, die Red Hot Chili Peppers. Und sie sagten, ja. Und sie sagten, ja. Wir sagten, sie waren besser als die Main headline, das letzte Jahr. Das erste Tour in Deutschland war in 2010. Und das war für sechs Wochen. So, ihr get familiar faces coming to the Giffen Gigs. Some people drive 10 hours, 11 hours, just to come and see us. Musik Pipes oder Drums? Pipes. Pipes, okay. Okay. Und jetzt? Whisky oder Bier? Bier. Okay. Und jetzt? Be honest. Under the kill. Warum denkst du das? Warum denkst du das so cool? Shorts oder nichts? Nichts. Nichts. Okay, ich denke... Ja, nichts. Du willst uns zu prüven? Ja!